Jo Leute, was geht und willkommen zu einem wieder auf dem Kanal. Heute ist wieder Fifi. Ja, hallo. Und Jason. Oh. Ja. Äh. Heute kümmern Fifi und ich uns um ein bisschen makig. Willkommen. Ich hab schon ein paar Papiere fertig gemacht. Uh. Ein paar Valiums. Aha. Und. Was macht das? Komm mal mit. Ich hab auch noch was anderes vorbereitet in der letzten Folge von Jason, wo er ein bisschen Mannington, der gecodes hat. Und zwar den Ramagieraum. Ui. Was ist das? Das macht Ping. Ja, das ist ein Crafting Table. Hier ist unser Auto. Ich hab keine Da. Warte, erst mal. Du liest dir das Buch durch. Du klickst den einfach einmal an. Jetzt hast du eingeloggt. Jetzt kannst du mir wieder zurückgeben. Jetzt hast du unten so eine Mana-Bahn, ne? Ich suche hoch. Ja, ja, ja. Ja. Und zwar. 130 Mana. Äh, wir haben hier unseren Inscription Table. Da brauchen wir tatsächlich noch etwas. Und zwar. Da brauchen wir noch ein, äh, Ink. Simon Anvil. Das will ich haben. Ich will anboste müssen hören. Da brauchen wir ein Arcan Ink. Arcanist Ink. Und Arcanist Ink brauchen wir Purified Windschirm. Für Autom haben wir. Bei Ängstlich haben wir ein Glasbottle haben wir. Sprich, Purified Autom machen wir aus Vintium das, was wir haben. Na, Autom haben wir auch. Na, Aum. Aum. Atum, Aum. Irgendwie so. Aum. Äh, und Arcaner Asche. Und Arcaner Asche machen wir aus Arcan Compound. Äh, in dem Arcan Furniss, der uns gegenübersteht. Und hier machen wir aus Bone Ash und aus, wieder einer Aum. Oder Cero Blossom. Aus Vintium das und aus Bone Asche. Bone Asche machen wir aus Bone aus dem Arcan Furniss. Der hier drüben ist. Der Rune Forge. Sprich, ich hole kurz die Sachen, die wir brauchen. Oha. Und Fifi ist richtig erstaunt, was wir hier machen. Ja. Das ist das Beste, was du verstehen kannst. Ja. Ich bring einfach alles mit. Ist die Frage, äh, Fifi, was für einen Zauber möchtest du denn erlernen? Du kannst ja mal gucken, was es so gibt. Amboss. Also du könntest auch, du könntest einen Break-Zauber machen. Nein, scheiße. Also ich kann, ich stehe hier, äh, Summon Anvil. Das will ich machen können. Okay. Für Amboss beschweren können. Tod durch Amboss. Äh, also sprich, wenn du etwas berührst. Touch, Touch, Anvil. Äh, Touch, Äh, Anvil. Siehst du das? Geht nicht auf Self-Anvil? Du kannst auch Self-Anvil machen. Nee, okay, dann machen wir, machen wir was anderes. Ähm. Es muss immer eins von den beiden oben sein und dann unten eins von denen. Gast. Klingt lustig. Gast. Gast. Genau, Touch. Touch, Gast. Gast. Ich weiß gar nicht, was Gast ist. Ich kann mal kurz durchlesen, ob ich das finde. Sicher, Wirbelwind. Ja, ich weiß jetzt hier in meinem. Jetzt bauen wir eine Dandelite, eine Poppy, Federn, Clay, White Glove. Hier Gast. While breaking blocks. This is a useful tool. This is a useful tool with earth magic. I can use air magic for a more gentle effect. This will clean out grass, leaves, plants and snow while leaving the dirt and stone intact. Ich glaube, das macht einfach so Unkraut weg. Diese Unkraut fand ich da, die du machen möchtest. Oh, Mann. Ist doch was cooles. Nee. Guck mal, ich melde hier... Ach, wie wie honest... Das gefällt dir gar nicht. Mal guck mal hier, was ich gerade mache hinter dir. Ich brenne gerade Knochen. Hab ich gesehen. Crystallized. Also zugelegt. Was ist denn Crystallized? Crystallized. I can use arcane magic and the crystalline matrix of a diamond to bind a creature within. The more magnitude I put into a spell, the more powerful the creature I can bind. I imagine I can't bind other wizards or sentain exceptionally powerful beings, no matter how hard I try. Komm, da gib mir fling. Fling, das sieht mir was nach einem Movement oder sowas aus. Ich weiß mal, nein, das ist... Äh, fling. Ja, schau mal, mein Backpack. Was soll ich denn hier noch auf den Dings packen? Kannst du alles rauffacken. Nein, gib mir meinen Stab zurück. Okay. Wie viel kann man da raufpacken? Sechs Dinger. Ne, neun Dinger. Ich glaube, auf den kannst du sechs und auf späteren neun. Wieso? Ach so. Keine Ahnung. Oh, hier. Bone Ash. So, jetzt muss ich erstmal... Bone Ash, das haben wir im Turm. Jetzt crafte ich erstmal Arcane Compound und Arcane Compound packen wir jetzt hier rein. Komm, ich hab's geschafft. Hast du das? Die Mining Turtle kann Lava und Gravel und Wasser erkennen. Krass, geil. Geil. Wenn du irgendwas davon erkennt, dann wird direkt ein neuer Weg gesucht. So, und hier siehst du auch im Oculus V4. Im Oculus siehst du auch. Ist das jetzt falsch rumgemacht? Ne. Im Oculus, wenn du aber auf reinklickst, siehst du, was... Du bist aktuell Tier 1 und dann siehst du halt, was wir alles machen müssen. Das heißt, wir müssen zehn von den zwölf Aufgaben machen, um abzulervillen. Äh, Cast a Cantrip, Cast a Spell, Complete Ritual, Mana Weaving Attack, Craft a Vitanium, Mana Weaver Wand... Okay, wie... Mana Weaver Wand Wand... Ja, das kann ein bisschen dauern, aber... Das ist meine Sache von der Zeit. Oh, ich traue noch Glasbeutels. Glasbeutels und Inksec, finde ich ja da. So... Glasbeutels habe ich und Inksec. Mana Weaver Wand... Oh, ich habe nur ein Inksec, holy... Äh, machen wir gleich. Kannst du auch dein Spell dann drauf machen. Ja. Vitanium Ingot, Vitanium Dust and Sticks. So, jetzt haben wir erstmal Ink. Jetzt kannst du dein Spell, glaube ich, machen. Ne, Arcan Ash. Ah, hier. So, Vivi, jetzt komm mal her. Jetzt klick mal in dein Instruktion Table. Du kannst jetzt oben auf diesen Pfeil klicken, da, über der Hand. Ja. Jetzt schreibt er dir den Zauber. Das ist ein Zauber der Komplexität... Äh, Komplexität... Irgendwie sowas. Äh, von 15 von 20. Aha. Das ist schon recht kompliziert. Das kannst du noch rausnehmen. Ja. Ich mach mir auch eben einen. Was mache ich denn? Light. I need to gather up the following regrets for the Ritual of Arcana. Ich glaub da müsste irgendwie so... White Gulf, Peda, Mystic Force Minerals. Ja, da steht jetzt drauf, was du brauchst. Runet Smith Hammer. Ja, da steht drinnen, was wir jetzt brauchen. Das ist noch einfaches Zeug. Hi, Jessen. Hab mir irgendwas verschluckt. Servus. Moin. Das arme Eisen. Halt die Richtung. Das ist die Beste. Oha. Jason, hol dir mal wieder Rüstung. Ich weiß, was mit der Rüstung passiert. Ja, ich hab keine Rüstung an, weil es ist genau gleich, wie wenn ich Rüstung an hätte. Entspannt. Ah, ich mal lasse die, oder? Ich hab genau gleich viele Rüstungen, wie wenn ich meine Rüstung an hätte, also es bringt mir nix in Rüstung an. So, hier sind diese Fokus-Dinger. Ich mach mal kurz, was ich brauch und du brauchst, was du brauchst. Ich mach mal kurz, was du brauchst, was du brauchst, was du brauchst. Wo ist der Shark? Davon kann ich gleich mal ein paar mehr machen. Ich mach mal diese Glyphen. Äh, komm mal her. Also, willst du gar nicht mal mit? Biffi. Hade. Ich muss mir mal richtig nochmal... Er kommt zum Moinerraum. Ja, zum Markierer. Ach so, so macht man eine Glyphen. Granit. Ähm. Geht eigentlich jeder Stein oder nur Granit? Initial Setup, ne, das will ich nicht. Diorai geht auf. Das suchen wir auch noch. Äh, Sorcery. Crafting Spells. Ne, Scraving, ne, ich will... Fast. Crafting. Ah, ja, genau das war's. Okay, soll ich auswendig können. Okay, Fifi, kommst du? Warte. Ich zeig dir jetzt die Magic. Die Magic of the Magic. Das könnte ein bisschen komplizierter werden, tatsächlich sogar. Also, es ist nicht... Es ist nicht wolfs... Ah, es ist wolfsfreundlich, so. Ja. Ah. Was soll das denn heißen? Nee, keine Ahnung. Ähm. Ich hab ne weiße Glyphe. Ich brauch zwei davon. Und ne... Graue Riefer? Gray. Wir haben keinen Tintenfisch. Oh, ich war noch Clay. Stimmt, da war ja was. Okay. Okay. So. Jetzt soll das glaube ich alles funktionieren. So, dann machen... Was sind das für kleine Dinger? Dann machen wir mal fertig. Und zwar... Ein Lobster, ein Hummer. Jetzt brauche ich Windschirm purified. Ja, es geht los. Die Magie, der Star of Ritual. Geil. Ich hab jetzt nen Lobster Tail. Den kann ich essen. Ich hab nen Boomer gefunden. Spell. Touch Light. Äh. Lightning. 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 Quatsch. Verstehen. Erstmal Level. Level 2. Ich hab noch nen Wehrwolf umgebracht. Yo. Ich hab meinen... Was ist du? Ich hab meinen ersten Zauber. Ah, ein Zombie. Und was ist das hier für ein... Ein Fliegevieh? Vieh, Vieh. Ich bin Magie. Okay. Ich töte irgendwelche Käfer. Hier wo? Ein Zombie mit Hut. Mit Safarihut. Oh Gott. Hört sich ja spaßig an. Joa. Was ist das für ne Picker? Ist das meine? Right-Clicken while place the torch at cost of you to the... Lol. Ander mit einfach Fackeln placen. Glaub mir, ich hab was besseres als Fackeln. Ja, ich hab schon Nightwishen, aber es ist halt zum Ausleuchten, es ist trotz Musik. Nee, ich hab was... Was ist was besseres. Glaub mir. Was noch nen Batman? Nein, du hast Lust auf den. Galapid Assassins. Ich mache! Feuer Drachen, grüner! Kleiner! Kann sein, dass ich den so auch schon mal gesehen hab, den... den gleichen. Grün? Ja. Ja. In Level 1 oder? Ja. 2, glaub. Ja. Oh. Ähm. Kommen? Ja. Ja, leckts. Trotz. Hier ist Gold. Aua! Was denn? Ja, ich bin im Drachen-Nest. Und kämpfe gerade gegen den Drachen. Achso, besser lass das. Oh mein Gott, ist das stark. Okay. Ich habe Drohsched. Ich habe Drohsched. Oh mein Gott. Ich habe ihngeschüßt. und keinen, ich liebe dich. Hier sind dem Manit dobry. Ich bin der якse Und satellites und alles. Ich hab den Rachen sehr gut gemacht. Ich hab das kaum gesprochen. Ja. Willst du dir mal das neue Mining-Turzel-Ding angucken? Ja, den Gang entlang? Wie immer? Das wird halt ein bisschen problematisch, da ist viel Lava dazwischen. Hä, ich hab Ring of Fire gefunden? Ja, dann kannst du es zwar machen, aber ne? Ja, krieg ich hin. Kannst du auch TPA zu mir machen, so ist es nicht. Nö, nö. Das lauf ich schon selber. Ich boasts mehr mit dem Drachen. Ich hab nur noch 9 Durability mit dem Bogen, nicht so gut. Kreise 1 ist gemisst. Fifi und Drachen, also. Also wirklich, man darf Fifi eigentlich nicht alleine lassen. Wo? Mein Bow ist broken. Kann ich einen neuen Craften? Ja, kann ich. Ah, geht. Köln kannst du alles. Köln kannst du vieles. Die Umsetzung ist das Richtige. Ja. Ja. Oder ob es legal ist. Na, wir schon. Da ist er. Da ist er. Ich muss noch schnell was. Ja. Da fliegt er weg. Ah, ist dir was du meinst. Aua. Mit Lava. Keiner. Ach, Jason, es dauert noch ein bisschen, ne? Muss durch Lava schwimmen. Naja. Naja. Deswegen kann ich ja noch schnell das Problem machen. Keine Pfeile mehr scheiße. Ey Fifi, was würdest du mal von so einem kleinen Minimodpack erhalten, wo das Hauptthema die Dragons sind? Boah, ja. Wäre ich frei. So, also. Jetzt gib da mal ein Mining. Ich leg mal kurz die Kackeln und so falsch. Einfach ne Mining? Genau. Jetzt aber befände ich mich. Gib da mal 0 auf ein. Der Drache ist weg. Das ist aber 3. Das ist aber 3. Das ist immer höher 3. Ne, ist das egal. Mach 0, sonst spart er sich runter. Äh, mach 100 da. So. Das ist weg aber doch. Ja, egal. Auf jeden Fall. Du siehst, man muss die Fakil aufs 116 machen, sonst geht's nicht. Das deckt auch mal. Genau so ist es bei Kisten, wenn ich jetzt die Kisten weg mache. Wann hast du ihn machen? Boah, ich hab den Drachen, der ist jetzt gelootet. Der Drache ist, keine Ahnung. Der ist gehorn. Aber da hinten ist der Drache. Der zündet ein bisschen alles an und, oh, er schießt Feuer auf mich. Ich hab jetzt das immer so ein Schmack, Jessen. Aua. Dann muss ich kurz nochmal nachgucken. Ihhh. Der Speichfeuer. Wait a minute Jason. Braust du Licht? Äh, brauchst du Licht? Generelich viel AP, oder? Oh. Wie? Was? Oh, hier sind sogar Wavesstone. Perfekt. Boah, egal. Äh. Ja, ich tu den Wavesstone teleportieren. Ich setze. Nein. Geht. Man muss ja immer eins anklicken. So, der Drache bietet gerade. Mach nochmal Mining. Ja. Der Drache bietet sehr, sehr. Null. Best 100. Und speit Feuer in meine Richtung die ganze Zeit, aber ich. Aber so süßes würde erstmal ein neuer machen. Gefährlicher Block vor der Tötel. Minecraft Water. Geh mal da rein. Das ist das Wechsel jetzt die ganze Zeit. Mhm. Guck. Jetzt haben wir gar keine Items da. Wenn ich jetzt hier einen Stein hinmach. Also so unterschiedliche Ausgaben, was halt alles aktuell so ist. Da habe ich kurz im Haus gepaid. Das ist geil. Das hier kommt hier rein. Das kommt hier rein. Das. Okay. Und nochmal weg. 1,4. Hallo. Willst du mit mir einen Drachen bekämpfen? Nein. Überfluchs. Das wollten wir in der nächsten Folge machen. Ja. Ich nehme mir mal den Power-Bogen. Äh. Hifi, guck mal hier. Hä? Oha. Und? Warte. Was macht das? Licht. Achso. Ich bin schon Magie Level 15. Mein Maximal für Stufe 1. Aua. Das zündet einem direkt wieder an. Oh Gott, Fifi. Ich habe mich eingebaut. Und damit, Leute, würde ich sagen, das war's mit der Folge. Ich habe mir jetzt gefallen. Wenn ihr mehr mit Fifi sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo und Like da. Und dann würde ich sagen, Abo rein und schaut. Bis zum nächsten Mal.